hallo zusammen hier heute bei wemo wir machen 12 volt kühlschränke für camper auch kühlschränke die kühlen und ausschließlich mit kompressortechnik und heute zeige ich euch hier ein kühlschrank für über 3000 euro ihr habt richtig verstanden ein kühlschrank für 3000 euro fürs wohnmobil das ist zu viel das kann man sich nicht leisten punkt ich habe jetzt ein absorber drin der kühlt zwar nicht wenn es warm ist weil ein absorber kühlschrank das sind die kühlschränke mit 12 230 volt also ein netzstrom oder landstrom und gas das sind absorber kühlgeräte ist ein ganz anderes kühlsystem diese kühlschränke kühlen nicht wenn sie bewegt werden ich weiß ja was er mit dem wohnmobil macht wenn es sie schräg stehen offroad oder so oder wenn es halt 35 grad außentemperatur hat sobald oben am wärmetauscher 42,3 grad sind ist sense fertig lustig man kann absorber bauen dass sie vernünftig leistung kriegen für das brauchen wir einen höheren druck im system und wenn ihr ein absorber baut mit etwa fünf bis sechs meter höhe problem ist das einbauen im wohnmobil dann haben die auch leistung aber wenn ich ein absorber baum mit einem meter oder meter 50 kochrohr hinten drin dann kriege ich kein druck im system drin und somit keine leistung punkt fertig aber jetzt geht es darum diesen kühlschrank hier der halt 3000 euro kostet und zwar fangen wir an mit dem tief kühlschrank das ist ein tief kühlschrank der hat die 52,5 breite hat nur 30 liter volumen hat jetzt hier in dieser ausführung einen bd 35 drin standard kompressor aber die leute sagen wenn ich schon geld ausgebe und kühlen will oder tief kühlen lege ich mir den größeren bd 80 tue da kann habe ich bis zu sieben kilo gefrierleistung also der kann auch wenn es warm ist richtig runter kühlen was mache ich kühlschrank und das hier ist lose aggregat das aggregat ist hier lose das hat standard 1,5 meter leitung wir liefern das auch mit einer längeren leitung nur dann kostet er noch mehr als 3000 euro wir haben kühlschrank wieder weg ich habe hier so einen tablar da stelle ich jetzt diesen tief kühler drauf also ich hätte den tief kühler in die höhe und nimmt das kühler und setzt das jetzt hier unten rein so habe ich das kühl aggregat unten drin das heißt kann damit noch vorfahren dass er hier direkt aus dem wohnmobil am fußboden die kühle luft ansaugen kann und dann von mir aus hinten raus blasen beziehungsweise da auch die öffnung von ehemaligen absorber kühlschrank oder gegen oben entlüften wir haben teilweise auch die situation dass wir die kompressoren unter dem dach haben bei vans hinten an der wand wir saugen oben die luft an gehen hinten runter die ist schon warm wenn sie um hinten runter kommt und dann wieder oben raus also wir bilden dann so auf überkopf höhe im wohnmobil immer so eine dampfglocke weg dem die kühlmaschine unten direkt bei den füßen man kann es auch wenn es platz ist noch ein bisschen nach hinten fahren und dann vorne noch die schuhe hinstellen zum trocknen oder sonst irgendwas das ist jetzt der tiefkühler das ist der preis vom nackten tiefkühler in der schweiz in schweizer franken in deutschland weil wir so einen schlechten euro haben und auch viel mehr mehrwertsteuer in der schweiz haben wir nur 7,7 prozent mehrwertsteuer in deutschland 19 prozent mehrwertsteuer kostet kühlschrank natürlich in deutschland mehr aber wenn wir jetzt diesen kühlschrank haben hier sorry tiefkühler dann brauche ich noch einen kühlschrank ja jetzt habe ich den ein bisschen um platziert dass wir ein bisschen weniger höhe haben hier und dann kommt ein kühlschrank logischerweise wieder mit dem externen kühlaggregat das steht jetzt hier oben drauf und hier habe ich den 106 n dieser 106 n der hat ein eisfach nur wenn ich einen tiefkühler brauche ich kein eisfach aus diesem grund gibt es ja dann den 106 f ohne eisfach aber momentan können wir nicht mehr liefern weil eben die teuren kühlschränke so teuer sind nein wir haben zu wenig bestellt grundfertig lieferprobleme corona und aber dieser kühlschrank den kann ich jetzt natürlich auch hier auf diesem kühlschrank draufsetzen ja entsteht dieser kühlschrank hier oben drauf ihr seht so mein studio ist so klein und die kühlmaschine die setzt dann ganz oben ganz oben unter dach sitzt so einsam eine kühlmaschine von hinten sehe ich die kühlmaschine ganz oben dann der tiefkühler und unten platz für den kompressor diese kühlmaschine die kann ich jetzt hier nehmen und kann die zum beispiel hier unten rein schieben die leitung hier noch ein bisschen verstauen oder ich setze die kühlmaschine zuerst unten rein und dann den kühlschrank hinterher ich habe die kühlschränke jetzt nicht verschraubt miteinander das wäre auch eine möglichkeit und so habe ich einen tiefkühler einen kühlschrank und das mit zwei kühlmaschinen dieser kühlschrank kann nicht zwei kühlmaschinen dies sind zwei einzelne kühlschranken dieser kühlschrank und jetzt geht es los mit der digital steuerung ich habe hier zum beispiel für den tiefkühler ein mechanischen thermostaten auch im kühlschrank drin habe ich einen mechanischen thermostaten die kann ich ersetzen das ist bei uns eine option den digital thermostat das ist also ein thermostat wo ich permanent die temperatur sehe ich kann schaltdifferenz ich kann möglich alles mögliche daran verstehen am besten nichts machen standard einstellungen verwenden und dann kann ich den tiefkühler hier unten auch als kühlschrank verwenden ich stelle den tiefkühler zum beispiel auf plus 8 grad das ist ideal für bier ja und so habe ich natürlich eine kombination von kühlschrank die top ist zweitens in offrofahrzeugen die irgendwo nach afrika oder sonst irgendwo auf der welt fahren da habe ich den vorteil ich habe mit dem tiefkühler dass es separate maschine hat der separat auch als kühlschrank verwendet werden kann eine absolute sicherheit ich habe die gleichen steuerungen das heißt ich kann hier im prinzip die steuerungen auch austauschen und so im schlimmsten fall den tiefkühler flach legen und den kühlschrank weiter betreiben also diese kühlschrank kombination was bei mir immer noch zwei geräte sind kostet über 3000 euro also das ist der gs 30 und der 106 f inklusive verstärktem kompressor und den digital thermostaten zweimal geht dann den gleichen gleichen und diese kombination kostet bei uns jetzt über 3000 euro da ist sie nicht eingebaut nicht zusammengeschaut überhaupt nicht ihr müsst dann den einbauer machen und wenn ihr euch gut zeit nehmt habt ihr einen tag dafür punkt wenn ihr den händler anstellt der den einbaut und wenn er dafür 1000 euro will kann ich ihn verstehen strom zulegen thermostaten sauber montieren irgendwie die blende machen zum abdecken hier unten bei den kompressoren abdeckung und somit kostet den kühlschrank auch mal 4000 euro bis er dann effektiv im wohnmobil verbaut ist aber dafür kühlt er zwei kühlmaschinen die unabhängig voneinander laufen und gewährt natürlich eine optimale sicherheit wenn ihr wirklich irgendwo weit weg fährt ja ich verlinke euch hier das video zu dem schrank hier einzeln und dem schrank hier auch einzeln und ich wünsche euch einen schönen tag